Man gibt ja einem eine Geige in die Hand und sieht den Fortschritt, also praktisch Leute, die Talent haben, spielen da auch schräg und dann kommen sie relativ schnell zum Punkt und sagen, sie haben so ein Gefühl für das Ganze. Und das ist bei Innovationen auch. Das kann man schon sehen, aber man muss die Leute erstmal machen lassen. Ich kann es eigentlich nicht vorher sehen. Da muss ja einer schon mal eine Geige in die Hand nehmen und ein bisschen spielen, dass man das sieht. Und da ist eigentlich zu wenig Raum in der Firma. Also praktisch man hat fast keine Chancen, jemanden mal was Neues ausprobieren zu lassen. Generell eine gute Idee ist, Leute irgendwie zu fragen, ob sie was gerne machen möchten. Und die Hälfte winkt dann auch. Ich kann ja als Manager fragen, wenn ich jetzt so eine neue Aufgabe habe, würdest du das gerne tun oder nicht? Also nur, ich will jetzt nicht irgendwie, du musst jetzt nicht erklären, ob du ein guter Mensch bist und natürlich das willst, sondern macht dir das Freude. Und ja, und da sieht man an den Augen, meistens lügen sie dann auch und sagen alle, sie haben Freude. Aber man sieht an den Augen so ein bisschen, ob Leute offen sind. Man sieht auch zum Beispiel generell an guten Mitarbeitern, wenn man sagt, pass mal auf, hast du was dagegen, wenn ich hier ab und zu mal das Fell über die Ohren ziehe und sage, diese Präsentation ist Mist, da hast du den Kunden nicht überzeugt oder so oder nimmst du das als Vorwurf? Viele drehen sich dann um und sagen, werde ich jetzt gleich aus dem Job genommen? Hast du was gegen mich? Ist meine Gehaltsheilung gestritten? Sieht man so in den Augen, dass die Furcht klimmert, dass sie jetzt einen Vorwurf kriegen. Und die echten Innovatoren sagen, stimmt. Oder sie sagen, du hast was falsch gesehen. Und dann diskutieren wir darüber, ob ich das falsch sehen darf. Also viele Kunden blicken es ja nicht. Und man kann jetzt nicht sagen, der Kunde hat Unrecht. Ich kann einfach feststellen, der Kunde hat es nicht gesehen. Und wenn er es nicht gesehen hat, hat er es nicht richtig dargestellt. Als Innovator muss ich das so darstellen, dass die Leute mein Produkt verstehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Missverstanden habe, das Produkt, kann der Mitarbeiter mir nicht sagen, ich bin doof, dass ich es nicht verstanden habe. Als Kunde muss ich es verstehen und so weiter. Dann haben wir sehr wertvolle Diskussionen. Und das merkt man bei Mitarbeitern so quasi so fast in den ersten Kontakt, ob sie offen sind, neugierig und so weiter. Praktisch solche braucht man. Also die, ja, braucht man natürlich welche auch auf der Spur bleiben. Also wenn sie sich in die Idee verbissen haben, dass man das tut. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sich auf Ideen verbeißen, die nie was werden. Die kriegt man nie wieder von der Spur runter und so weiter. Und das braucht man viel Menschenkenntnis, glaube ich. Auch wenn Sie wissen, dass man nicht sicher ist, ist das Teil des 사랑. Jede Prophet? Untertitelung des ZDF, 2020